Mit RUHM wollen wir nicht weniger als die Welt revolutionieren. RUHM ist mein dreidimensionales Nutzerprofil. RUHM stellt einen virtuellen Raum zur Verfügung und jeder kann dort 3D-Objekte platzieren. Ganz einfach und bequem, mit wenigen Mausklicks. Wir wollen das Thema Privatsphäre anpacken und für die Nutzer einfach und transparent gestalten. Es soll für jeden möglich sein, sich seinen Raum einzurichten, ohne Angst zu haben, wer sieht das jetzt alles, was ich da tue. Das Thema Datenschutz und Privatsphäre spielt natürlich eine riesen Rolle für uns. RUHM bedient sich nicht des Konzeptes der personalisierten Werbung. Ganz im Gegenteil, wir wenden uns davon ab und sagen, klicke über den Tellerrand. Wir wollen, was das betrifft, die Welt ein bisschen besser machen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020